Hallo zusammen, das ist Didi von der Master Trunkins, das ist der Part 15 von The Last of Us. In der letzten Folge haben wir Chumuni gebraucht, sie sind fast nie gestorben. Ganz eine gute Folge gewesen. Jetzt sind wir hier auf einem Tochen zu gingen. Was ist das? Die Top. Jetzt die Haie. Zombies, Menschen, sollten wir auch machen. Oh, diese Kostklappe. Ich habe in sowas gewohnt, Quarantänezone in Boston. Schön für dich. Wayne. Ah nein, lieber Beis, oder? Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleibt nur in Deckung. Rausch. Schussbruch. Ja... Gef deposit. Oh, das rauskett. Gerne,창... nothingen connected, medio. In Weihnachten. Z Everything. Phos Wels, ом q340. So, jetzt machen wir Sneaky. Scheiße, ich muss nicht heissen. Ah! Hier ist der verdammte Auto. Wie mache ich das jetzt? Ich bin nicht so der Sneak-Experte. Komm her, du heissen. Die laufen noch ziemlich gut. Genau. Den brauchen wir jetzt so schnell. Kleine. Da, links! Verdammt, womit schieb jeder auf uns! Deine abgeschütte Torb! Bleib hoch! Nein, nein! Ich bin nicht so schnell. Schöne talk. Schöne. Schöne! Schöne! Oh Scheisse, ich bin ein Scheisse geschützt. Ich muss ihn rüber, ich muss ihn nicht holen. Hm, jetzt kommen wir raus. Wo treffen wir die? Dummer Schwänze. Von da sind wir ja gekommen. Ja, ich sehe, ich muss ihn wieder nehmen. Das ist natürlich geil. Das können wir da hinten rum. Und wir schauen uns auf eine sogenannte Bies liegen. Das steht jetzt hier immer noch dort. Was ist da gestanden? Fünf? Fünf. Jetzt werden wir ein bisschen Führer spänzeln, das liegt gerade zu uns. Holy fuck! Langzeitbehinderung. Erstmals ein Arzt. Schüsse! 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 Ja, das ist schon ziemlich scheisse. Oh, Mann. Schüsse! Die Menschen sind schlau. Aber nicht schlau genug für mich. Schüsse! 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 Läuft! Schüsse! Warten wir es da hoch. Endlich Alkohol. Ich weiss nicht, wir suchen es erst alles ab. Sicher nicht bei Schüsse. Oh, vier Schüsse. Tipptopp. Diese Folge wird wahrscheinlich dann am Montag rauskommen, so gegen die 6 Uhr. Und zu dieser Zeit bin ich mit dem Boss Aquila und einem anderen Kollegen in Loretemar. Der Kilo hat mir gesagt, er darf ich etwas auf Öffentlich schalten. Ich lasse sie hoch und auf nicht gelistet. Also jeden Tag schön eine Portion bekommen. Sli, kommen wir jetzt zum Decken. Ja, schütteln wir Batterie. Das ist da Clicker Party. Hoffen wir mal nicht, dass da Clicker Party am Start ist. Oh, zerleten. Ich gehe auf die Seite. Ups, Stahl verspät gerade. Was der Schuss? Schauen wir mal nicht? Oh nein, schütteln wir mal. Ja, ja. Da sind wir vielleicht mal in die Doze. Und eine langdose. Die dode will nicht lang liegen. Oh, ein Afrikaner! Verdammt! John! Warte! John! John, hör an! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du Hartz. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann... Dann hab ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest! Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Jemand neue Homies. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Hey, hey, hey. Hör auf, flirte du. Wo kommt ihr her? Los, fort mit dir. Komm aus Hartford. Ab in die Ecke. Schäm dich. Schäm dich. Pst. Ab in die Ecke. Was ist los mit dir? Wieso schalten sie immer Taschenlampen ab? Dann machen wir die Checks nicht. Ja, ja. Gehen wir noch weiter. Sie brauchen eine Munition. La Munitione. Senorita. Hörschrank. Ah, ja, ja. Schau hier noch. Maler Doof. Oh, ist er 1,5 mal grösser. Was haben wir hier noch? Was ist das? Sugar. Du, 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 du. Oh, honey, honey. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wache. Ja, ja. Schrotzen. Und du hast nur deine Tochter? Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Es ist dir ehrenhaft. Hier komme ich sicher rein. Ha! Jojo, das Messerli geht schon drauf. Okay. Gut. Ja, du. Ei, ei, ei. Das ist einfach wieder mal der Didi-Instinkt. Oh, das geht rum. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Gut. Was ist das? Voll der fette Pätschert. Gute Anlage. Was ist das? Aha. Der Fernseher ist auch extrem modern. Wir schauen euch das an. Aber jetzt wird jetzt erstmal etwas Zeug gepostet. Was muss ich loswerden? Sugar. Alkohol. Ja. Messer brauchen wir wieder. Ja. So sieht das schon gut. Jetzt sollte ich mir glaube ich eine Knopftablete haben. Nein, Feuer fehlen. Verdammt. Verdammt. Fünf fucking Päler. Laufen mal. Wir laden uns dann mit den Karabinern auf. Schon klar haben die ja nichts zu fressen, wenn ihr nicht alle ihr Räume untersucht. Halt! Weg von dem Fenster! Ah. Siona. Mann. Der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Hä, wie fast nicht? Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Gib mir doch den Spielzeug. Nicht weit. Ah, ja, ja. Was ist los mit dir? Daily kriegt auch immer wieder ein neues Comic, wenn ich eines finde. Neues Comic 2. Ich bin Meisterschütze. Ruhig. Ich bin Meisterschütze. Ruhig. 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 Nicht so gut sind. Sie gehen rein, Junge. Wo müssen wir rein? Wo ist unser Homie? Lauschen. Ah, der schlägt vor. Wo ist er? Haben wir ihn verschossen? Ah. Schwiegst du den Raum, Alt? Wo ist es höchst? Warte, wie laut. Ah, scheisse. Hä? 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 Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Na, ich hab nen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Na bei ihm nicht. Ich brauch den nicht mehr. Kommt alle rein. Ich brauch ihn jetzt. Wie altest du? Auch so? Oh, du bist 14, hm? Genau. Okay. Wirklich? Ah, weil ich nicht so 12 bin oder so. Ja, meine 5 Tabletten. Scheisse. Ja, endlich. Jetzt bin ich noch der grössere Ram Boy. Achtung mit Ihnen. Kassierer. Wir sind da. Mach auf, mach auf. Los, los, los. Zieh die Bombe da hinten. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Ey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Das ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Sie macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation, direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Grüßing. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Ich mag aber noch fünf Minuten schlafen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Da ist sicher der geile Shit. Ja, lass ab, ich zeig. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Alter. Ich hoffe, nur du kennst den Weg. Voll der Slang. Hier lang. Weisen Taschenlampen an, mach ich. Hörer Idiot. Hast du die Scheiss zu ausserglänzt? Dann schau dir immer die Scheiss Taschenlampen ab. Dann schau dir das. Dann schau dir das. Dann schau dir das. Dann schau dir das mal. Auf! Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey. Ich komme dir nach. Okay. Hey! Alles klar? Ach! Schnapp dir! Du Idiot! Sucht euch eine Deckung! Oh! Oh! Das war schon heavy! Junge. Hoppa! Das war's. Okay. Kommt alle weiter. Hey! Hey! Ah du! Oh, kein Problem, kein Problem. Das Licht spüren die haben mein Licht, das ist nicht wie Klick, gell? Wer flucht doch mal, wo ist er hin? Wo zur Hölle steckst du, du armselige Flasche? Oh, du Hure. Ich brauche Dekko, ich werde dich absacken. Ach, fackle mal drauf los. Wir finden diesen Penner. Wir sehen uns auf der Straße. Der ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Lage dich fest! Ah, er hat knapp gemacht. Das ist ein Typ am Scheinwerfer. Sorry. Ist ja gar keiner. Ach du Scheisse! Wo, 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 wo! Okay. Geschafft. Ja, ja, ganz leise. Wir schleichen da durch. Wir schleichen da durch. Was ich genau gewusst habe. Wir schleichen da durch. Dann fällt mir mal da mit. Okay. Bereit? Oh nein! Mist! Los! 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 Na, 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 na! Halt, halt, halt! Oh, shit! Oh nein! Oh nein! Erledigt! Schön! Los, kommt schon! Bleibt Wasser! Okay, schau mal nach! Oh, der Henry nimmt's. Ich spür's. Alles klar! Sam! Los geht's! Okay, los, auf geht's! Komm so! Mit! Schneller! 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 Belly! Der hat dich! Du! Ja, normal! Immer Ibiza! Okay, holen wir ihn hoch! Es tut mir leid. Wir haben ab! Was? Was sei der Schwachsinn? Hey! Was zum Teufel, Henry! Wir bleiben zusammen! Wir bleiben zusammen! Nice, nice, nice. So, Aufmer. Los, los, los! Los, los, los! Nein, ja, ja, ja! Nein, 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 nein! Oh! Oh! Wie kommen wir aus der Schlechtel hier raus? Wir haben die wohl gefunden. Schwärmt aus! Vielleicht... Hey! Oh, verdammt! Let's go! Oh! Ja, 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 ja! Es waren 30 Minuten, aber... Es ist gerade so spannend! Blöd! Oh, der ist neu! Hm... Schliegen! Und schliegen! Und schliegen! Und schliegen! Und schliegen! Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast! Ja, ja, ja! Ich rede gerne, alles! Gut, aber jetzt ist es gewesen für diese Folge. Wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, schatten sie das nächste Mal wieder. Ja, ich rede les. GLEGE